Oh, hier ist was besseres für euch, für Team-Gesundheits-Regeneration. Danke sehr viel, sie ist gut. Immer noch nicht genug Geld. Willst du was von mir abhaben, wenn es so wichtig ist? Nee, ich hab jetzt genug. Ich hab jetzt kein Sauerstoffmodul mehr, hab mir aber ein neues gekauft. Ah, okay, da seh ich's grad. Das sah gut aus, da waren grüne Pfeile. Das war ja auch ein teures Angebot. Ja, 2000 fast, ja. Aber plus Nahkampfschaden in der Luft, plus Munitionsschubmenge. In der Luft? Ja, Luft-Nahkampfschaden. Klingt jetzt nicht so sinnvoll, aber gut. Aber plus 40% Luftkontrolle und Schmetterschaden erhöht. Oh, ja, das ist gut. Meine ist auch ziemlich cool, ist einfach allgemein Waffengenauigkeit und kritischer Schaden drauf. Und nach Schmettern erhöht sich meine Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, okay. Ich bin marschbereit. So, lasst mich nochmal schnell gucken. Hab ich noch einen Punkt bekommen? Nö, schade. Sonst hätte ich jetzt einen der neuen Skills freischalten können. Ist ja noch ein bisschen hin. Alle Systeme betrieben werden. Ich hab das Zeug und das Talent. Also, los geht's. Yay. Kreises-Skar. Ähm. Okay. Hier sieht auch noch alles in Ordnung aus. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Und hier draußen ist sie nicht mehr in Ordnung. Ähm. Vorsicht! Eintritt ins Feuer! Okay. Kragorn-Kiesel. Hä, wir haben wirklich, ich hab wirklich eine ganz langsame Gesundheitsregeneration. Es war jetzt nicht schnell, aber naja. Es hat das Wort so an sich, dass es nicht schnell ist. Ja? Ja, langsame Sachen sind selten schnell. Okay. Ja, das stimmt. Das wird doch bestimmt der, der ist resistent. Aber dagegen ist er nicht resistent. Und was? Oh Gott, ich bin angefroren. Oh. Ich kann auf ihn raufspringen, das macht weniger Schaden als ein Impact. Impact macht richtig viel Schaden, merk ich gerade. Hm. Ja, sie haben's glaub ich so gemacht, dass das halt auch wirklich ein sinnvoller Skill ist. Also, eine sinnvolle Fertigkeit an sich. Gibt's hier drüben noch irgendwas? Weil irgendwie sieht das hier so aus. Ich guck einfach mal. Oh Gott, was ist denn bei euch los? Okay, hier ist nichts. Ähm, das, das Ding schießt hier der Polenstern. Wenn du ein Problem mit Hyperion hast, fein, aber es gibt unschuldige Menschen auf Alpes. Du Arschloch. Ja, die gibt's. Okay, die Alte spinnt total. Du musst dich beeilen. Wir müssen auf die Helios und das Auge zurückerobern. Aber dazu musst du erst das Signal in Crisis Car finden und abschalten. Es ist irgendwie lächerlich, wenn man jetzt sieht, wie nett er schon zu sein scheint und wie schlimm er dann später wird. In Borderlands 2. Hm. Na ja. Fahren wir hier schon mal? Nee. Das ist neu für mich. Nee, meine Karte hat sich grad jetzt neu geladen. Also ich glaube nicht. Ich kenn nur diese, diese Sprungplattform, sah der anderen nur sehr ähnlich. Da sind wir schon mal rüber gesprungen über sowas. Ja, die werden sowas nicht alles neu designt haben. 3.000 Mal. Nicht? Ich hab übrigens, ich hab übrigens keinen Sauerstoff mehr. Macht ja nichts. Ähm. Komm mal hier rüber. Granate. Kammerjäger Exo. Gestartet. Macro war hier schon wieder. Du bist so ne arrogante Kammerjäger an der Tür. Wie unhöflich, das ist unser Haus. Der hat ja ne niedliche Stimme. Ähm. Wie treffen wir dich? Jupp. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das so ungenau ist. Ihr braucht den ja nicht treffen, ich mein... Nein, wir treffen die auch nicht, wenn wir ihn treffen. Ach so, wenn wir... Also es ging jetzt nicht um Zielgenauigkeit, sondern... Genau. Es geht eigentlich bei nichts. Okay. Dann sollten wir vielleicht die Lasergeschütze platt machen. So als Überlegung. Du hast unsere Geschütze zerballert! Stemmt die Eingangstür auf und klickt die Jungs! Ha 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 ha. Tutututututun. Granate. Na wunderbar, das waren sie auch schon. Für die anderen übrig, Athena. Yay, mehr Gegner. Ich mach mal wieder den Sauerstoff an, es sei denn, wenn jemand hat was dagegen. Au. Oh, okay. Fies. Hab ich's an... Oh, jetzt hab ich's ausgemacht, sorry. Ist wieder... Da macht man nämlich wesentlich mehr Feuerschaden, was schon nicht schlecht ist. Aua! Jo! Da war jemand bei dir. Nein, stimmt nicht! Alles in heiße Luft! Mal sehen, was sie zu unserem Elite-Checkback sagen, Jungs! Die Stimme ist irgendwie merkwürdig. Hm. Süßer Lebenssaft. Hm. Süßer Lebenssaft. Ich hab grad, was ist los? Hey, ein Outlaw-Badass! Dann wird er wohl mit meiner Kammer-Achse... äh, Kammerjäger-Achse... Kartoff machen. Oh, yeah! Das ist immer perfekt. Damn right! Ob you are! Ha, heh, heh, heh! Ich kann doch nicht aufhören, irgend jemand anders muss dir helfen... Hat keiner. Ach ja, stimmt! Ich kann das aber auch nicht abbrechen, ne? Nimm das! Du bist das Wump to meinem Depp! Doch grad, hat's it abgebrochen. Das hatt ¿ackes mal gab? Hey, off smart meine Opa? Es war kurz vorher. Okay. So, was ist noch nicht zu Ende durchgelaufen. dann muss es irgendwie Attacke oder sowas sein. Hey hier ist ne Kiste, will keiner gucken? Uh, ne Stipe Rave war ne schlechte. Schade. Oh, Hovercraft? Uuuuh. Also so, so, ach ne, bischer. Besser als n Mondbuggy. Ja, leider. Ne, das ist total falsch. Was machst du denn, Belly? Nichts, ich singe. Jupp. Das tut er. Kann richtig gut singen. Oder? Was meint ihr dazu? Uh. Es ist auch immer wieder das gleiche. Gibt's nicht irgendwann mal so ne schöne... Ich finde übrigens die Laserwaffen ziemlich cool, aber... Ja. Das ist eine gute, gute Einbringung. Ja. Auch fast zur Thematik. Laser in Space ist immer gut. Oh, so viele Mondstücken. Sehr schön. Cool. Da hat jemand gedingt. Ja, das war ich. Hast du gut gemacht. Ja, beim nächsten Mal kriegt ihr bei jedem absorbierten Schaden... Heilo? Ja. Also Regeneration. Ich glaub ich hab' ein paar Spritzer abgekriegt. Die zwei jetzt... Ich schalte auch das... Okay. Ich könnte jetzt ein neues Action-Paket freischalten. Ich mach das einfach mal und wir gucken was passiert, ne? Oh ja, es ist es. Der Claptrap aus der Kiste. Lalalalalalalalalalalala. Wo sind die Gegner? Lalalala. Boom. Aua. Ich seh' nichts. Das ist irgendwie alles explodiert. Irgendwie. Das ist witzig. Ich halt so ne riesige Bombe in der Hand. Hab ich gesehen? Ja, die machen dich sowas von tot. Das ist dämlich. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Hat gereicht. Super. War sie? War sie? Doch, war sie? War sie nicht? Nein! Oh oh. Da ist der Nächste. Schockwaffen. Oh, das sind ja mehrere. Okay. Da muss ich wohl die Kammerjäger-Echse wieder anmachen. Okay, das war der Makromagiker. So. Aua. Das müsste aber reichen. Ja. Danke. Bitteschön. Vor allem, wir kriegen beide Boni, was doch super ist. Was macht der da? Das ist mein Punk-Bot. Und da ist er explodiert. Okay. Hier gibt's Gladiatoren und Lawbringer, Klaas Mutz. Und ein Schock-Schaden-Schild, ganz viel Schock-Schaden-Zeugs. Auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Halt jetzt erstmal. Hier ist nur Schrott. Bis bald! Ja. Oh, das Schild. Oh, das Schild. Das Schild wollte ich mir grad kaufen und merkte, ich kann's mir nicht auf Ansatz leisten. Ja. Weil ich nicht mehr mehr... Weil ich nicht mehr mehr 100 habe. Ja. Ich hab immer noch 15 auflegt. Wie am Anfang noch. Ich hab mir ja gerade 2000 für 2000 was geholt, aber... Nee, ich mein nur, mein Geld hat sich nicht verändert über die ganze Zeit jetzt. Das ist so viel. Kauft sich grad jemand das Schild, oder? Ja. Oh, okay. Sonst hätt ich's mir jetzt gekauft. Ich hab nämlich grad überlegt, mein Schild ist ja ziemlich schwach. Alles öffnen. Mund... Warum kaufen wir eigentlich immer Muni, wenn direkt danach Muni kommt? Ähm, weil es nicht die passende teilweise ist. Achso. Na gut. Hm. Das sieht gut aus hier. Also Laserwaffen... Laserwaffen Muni hab ich hier zum Beispiel noch keine gefunden und die ist bei mir fast leer. Äh, die hab ich schon ganz häufig gefunden. Oh. Oh, blutig. Oh, sind die süß. Die gehören zusammen. Oh. Fuckin. Oh. Red Belly, stehenbleiben und Geld her. Und leer. Okay. Kamerjäger-Excel. Jedes Mal. Oh, ja, lass den bloß hier und nicht in meine Nähe gehen. Ich glaube, der killt euch auch. Ding, bumm, ba-dum, bumm. Das ist dumm. Ja, als geheilt wurde, sie muss nicht. Ja? Das ist nicht doll, aber... Bisschen. Muss reichen. Vor allem bis vier hat er auf mich geschossen und ich hab keinen Schaden genommen. Ist ja einfach das Geilste. Oh Gott. Will jemanden zwischen helfen? Dann mach ich das. Mupp zu meinem Dip. Was zur Hölle soll das bedeuten? Oh, es ist nur noch Belly übrig. Dann kriegt er mal ein bisschen Korrosionsschaden. Und weiter heilen. Au, au, au. Ja, hat gereicht. Ich aktiviere mal wieder meine gute alte Kamerjäger-Excel. Wie häufig das auch geht. Ja, das geht auch meins auch. Auch gut. Ja. Finde ich auch gut. Oh, und das ist wieder das Beste. Okay, ihr sterbt grad alle. Kann ich's abbrechen? Ja. Nee, ich weiß nicht wie. Aber gedrückt nicht. Nee. Achso, gedrückt halten? Passiert nichts. Okay. Nee, also das kann ich nicht beenden. Ich weiß warum, aber... Aber das Komische ist... Das darf ich nicht beenden, weil das sonst zu... Das sind mir die Liebsten. Ich denke, das ist die Idee da dran. Oh, die würde ich gerne... Warte mal. Dann nimm dir. Es sind... Es sind Assault-Rifles. Die gefallen mir nicht. Aber da oben ist irgendwas hingesprungen. Das guck ich mir mal an. Ach, das sind mehr Mond... Ach nee, hier. Oh, ne Granat-Mod. Die nehm ich mir mal. Oh, nee, das ist ein Granat-Werber. Warum ist das noch? Ja, genau. Das ist nämlich bei Assault-Dingern ganz häufig der Fall, dass das so ein Schrott ist. Das geht mir so auf Piss. Da bist du nicht der Einzige. Gibt's da hier drüben noch irgendwas? Dann soll es ne eigene Klasse sein, aber keine Ahnung. Ja. Es würden halt zu viele werden. Ich glaube, wir sollen nur das Tor hier aufmachen, oder? Kann ich drücken? Ja. Ja. Drück. Uh, ein Save. Uh. Uh. Die ist auch so hübsch. So schön dunkel-orange. Oh Gott. Wirklich. Schon wieder Assault-Rifles. Geht das? Ja? Was? Oh. Äh. Immunität gegen Schockschaden. Ja, das nehme ich. Danke. Hat auch mehr Kapazität. Ist vielleicht gar nicht... Gar nicht mehr so schlecht. Vor allem Immunität gegen Sch... Oh. Die ist hübsch. Eine Pumpe, ja. Die sieht schön aus. Die sieht schön aus, aber... Was ist denn das für ein Hersteller? Ich nehme die Sniper. Ich nehme die Sniper. Da gibt's ne Sniper. Geh auf aufs Dach. Dort sollte eine Erwartungskonsole sein. Aktiviere sie. Also ich würd die... Die mal... Mir an... Obwohl, ne. Eigentlich kann sie jemand anders haben. Die hat keinen Elementarschaden. Ich würd sie denn zum Verkaufen nehmen. Ja, dann... Nimm sie dir. Ich mein... Dann brauchst du das Geld. Da haben wir Muni für uns alle. Achso, ich rück mal. Oh Gott, was ist... Na, warte. Ich würd am wenigsten sehen, was los ist. Geschiebt einfach. Hör auf den Mond mit einem verdammten Riesenlaser zu traktieren. Bist du total... Total verrückt? Ich glaube ja. Feinstens. Zerstöre alle Relais. Dann sollte das verdammte Signal ausgehen. Okay. Ja, Sir. Erstmal kann man Jägerechse anmachen. Gehört sich so, ne? Ha, das ist der gute alte Brandbot. Alles mit Feuerschaden vollballern. Das tut doch weh. Tz, 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 tz. Oh Gott, das sind schon wieder diese dämlichen Flugteile. So. Na, dem mach ich kaum Schaden. Die müsste ich anspringen. Damit ich ordentlich Schaden mache. So. Oh. Oh, aua. Zwie! den Messer ohne Griff, den in Flüge fehlt. Extra, ouch! Einen echten Wotthaus, nicht nur!